Ein kleiner Junge aus einem Indianerstamm geht zu dem weisen alten Häuptling und sagt ihm, Häuptling, bitte hilf mir, in meinem Kopf kämpfen immer zwei Wölfe miteinander, der Weiße, der Gute, und der Schwarze, der Böse. Welcher Wolf wird gewinnen den Kampf, der Böse oder der Gute in meinem Kopf? Und der Häuptling sagt, der Wolf wird gewinnen, den du fütterst. Welchen Wolf fütterst du? Den Schwarzen, den Bösen? Hörst du dir alles an von deinen Kollegen, was alles nicht funktioniert? Welcher Kunde jetzt reklamiert hat? Was alles schief läuft? Wo es wieder Lieferschwierigkeiten gibt? Wo es Qualitätsprobleme gibt? Was der böse Wettbewerb alles gemacht hat? Hörst du dir das an und fütterst du den Schwarzen Wolf? Dann wird der in deinem Kopf gewinnen. Und du wirst nicht positiv und optimistisch zu deinen Kundenbesuchen hingehen. Oder fütterst du den Weißen? Das, was alles gut läuft in deiner Firma. Das, was deine Kunden an deinen Produkten und an deinen Dienstleistungen schätzen. Das Lob, was du bekommst für deine Arbeit. Worauf fokussierst du dich? Welchen Wolf fütterst du? Fette Beute.